Bei der Ankunft der deutschen Titeljäger in Olmöz lag bereits eine Mischung aus Vorfreude und Anspannung in der Luft. Das EM-Finale ist für die U21-Nationalmannschaft zum Greifen nahe. Doch zuvor wartet im Halbfinale Portugal, der wohl schwerste Gegner für die deutsche Juniorenauswahl. Fürchten tun wir schon mal gar nicht, das ist der erste Punkt. Zum anderen, wir wissen, was die Portugiesen können auf der einen Seite, aber ich denke mal, wenn man beide Gruppen nimmt, die Ergebnisse sind gleich. Sie haben zweimal unentschieden gespielt, haben auch einmal gewonnen, wie wir auch. Ich denke, es wird ein Spiel auf Augenhöhe werden. Um gegen die Seleção zu bestehen, bedarf es jedoch einer Leistungssteigerung gegenüber dem 1-zu-1 im letzten Gruppenspiel gegen Tschechien. Gladbachs Julian Korb ist guter Dinge, dass die Mannschaft die Offensivkraft der Portugiesen kontrollieren kann. Wir sind fit, wir sind bereit, wir sind ein Schritt vor dem Finale. Ich hoffe mal, dass es nochmal einen Extraschub gibt, dass wir dem Ziel jetzt schon so nah sind. Und deswegen hoffe ich einfach, dass wir unsere Leistung voll abrufen können morgen und dadurch einfach ins Finale einziehen können. Dass die deutsche Auswahl die Qualität für den dritten Finaleinzug hat, daran besteht innerhalb der Mannschaft kein Zweifel. Trainer Horst Rubisch weiß jedoch um die Stärke der anderen Teams und mahnt zur Vorsicht. Ich tue mich da immer schwer, mich da hinzustellen und zu sagen, ich bin die Beste oder wir sind die Besten. Man sieht, glaube ich, wie die Spiele gelaufen sind. Da haben wir vorher darüber gesprochen und ich war nicht davor, irgendjemanden zu unterschätzen. Alle acht, die hier gewesen sind, hatten normalerweise die Chance. Vier bleiben jetzt über, was halt logisch ist beim Halbfinale. Und ich denke mal, da haben alle vier die Chance. Mit viel Selbstvertrauen geht die deutsche U21 in das Duell mit Portugal. Vom Finale in Prag tanzen sie nur noch einen Sieg im vorgezogenen Endspiel.